Hallo mein lieber Krebs, mein Name ist Siyu und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt deine Monatslegung für Juli. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Krebs. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du einmal hier oben und zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, sollte der Text bei dir unscharf sein. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ja mein lieber Krebs, ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Egal ob du im Juni oder im Juli geboren bist, möge dein neues Lebensjahr von Erfolg gekrönt sein und von vielen, vielen schönen Erinnerungen. Ja dann würde ich sagen, starten wir hier mit deiner Legung. Wie immer beginnen wir beim Monatsanfang, dann sehen wir uns die Blockaden näher an, die du im Laufe des Monats auflösen darfst. Und wie immer schauen wir dann noch in zwei Lebensbereiche. Es besteht zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Sorge. Solltest du dich dennoch bei einem bestimmten Abschnitt unwohl fühlen, kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Abschnitt der Legung nicht für dich bestimmt ist, den lässt du dann bitte dementsprechend einfach ziehen. Und jetzt starten wir hier beim Monatsanfang. Diese Energie kann durchaus auch noch in den Juni hineinreichen. Ich sehe, du wirst hier eine, es geht hier um eine Reaktion, eine Antwort, die vornehmlich du erhältst. Für manche kann es hier auch darum gehen, das sehe ich aber eher für eine kleinere Gruppe, dass das hier eine Erinnerung vom Universum ist, dass du hier noch etwas zu beantworten hast. Ich meine, es kann natürlich auch beides zutreffen. Insgesamt sehe ich aber, dass du hier eine wichtige Meldung erhältst. Also irgendetwas kommt hier auf dich zu. Manche haben es vielleicht auch schon erhalten. Also ich sehe das hier ein bisschen gestreut, aber für die meisten ist das etwas, das auf einen zukommt. Etwas, das du vielleicht sogar schon erwartest. Du hast irgendetwas ausgesendet und hier kommt die Antwort dann eben dementsprechend herein. Auf deiner Ebene sehe ich, dass du dich sehr stark mit dem Thema Gerechtigkeit beschäftigst. Das Universum möchte dich hier wissen lassen. Da geht es um irgendeine bestimmte Angelegenheit, tendenziell eine zwischenmenschliche Angelegenheit. Die Gerechtigkeit ist in Vorbereitung, das ist mehr eine Frage der Zeit. Achtung beim Thema Gerechtigkeit. Das geht natürlich immer in beide Richtungen. Es geht hier um einen Ausgleich, ein Gleichgewicht, das wiederhergestellt werden soll. Und das Universum sagt, wichtig ist, dass du dich hier um Vorhaben kümmerst, die in deiner Zukunft liegen. Auch das, auf das du dich zubewegen möchtest. Deine Ziele, deine Träume. Für viele geht es ja auch um die Berufung, die Bestimmung, dass man sich dem zuwendet. Denn was auch immer hier los ist, wo du dir hier einen Ausgleich wünschst, das ist in Bearbeitung. Und die Information, die bekommen wir auch hier in der Außenschau. Wir schauen euch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und das ist für mich hier schon ganz klar eine Übereinstimmung. Das gehört hier zusammen. Die Dinge kommen in einen Ausgleich. Das bedeutet auch, im Juli wird sich hier einiges bewegen, mein lieber Krebs. Also was ich schon gesehen habe. Es geht darum, etwas loszulassen, vielleicht auch einiges loszulassen. Einiges soll bleiben. Und es soll hier eben auch Raum und Platz entstehen für die Dinge, die jetzt kommen sollen. Also eine Bewegung ist hier wahrzunehmen. Das fühlt sich aber auch wirklich gut an, mein lieber Krebs. Natürlich kann es sein, dass es hier ab und zu ein bisschen chaotisch zugeht. Das haben Veränderungen so an sich. Aber ganz allgemein, ja, das ist für die meisten etwas, das man sich eben schon länger gewünscht hat. Und ich sehe hier für viele einfach auch, dass diese Antwort, ja, ich sehe das tatsächlich für die meisten auch in Form eines, tatsächlich in Form eines Briefes. Dass das hier auch eine entscheidende Rolle spielt. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Manche Blockaden zeigen sich mehrfach in der Legung. Manchmal scheinen sie auch nur einmal auf. Dann weiß man in etwa, wann sie aufgelöst werden können. Und bei manchen Themen, ja, da geht es dem Universum einfach nur darum, dir das ins Bewusstsein zu holen. Weil jetzt ein günstiger Zeitpunkt ist, diese Thematik aufzulösen. Ja, da wollen wir natürlich auch gleich erfahren, worum es hier geht. Wir haben hier, ja, sehr, sehr gute Neuigkeiten für dich. Zum einen sehe ich, dass es hier für viele um eine finanzielle Angelegenheit geht. Ja, vielleicht eben auch etwas Berufliches. Ja, das hängt jetzt natürlich auch davon ab, bist du berufstätig oder nicht. Ich meine, das spielt jetzt keine Rolle. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Etwas soll dir leicht von der Hand gehen. Ja, das ist aktuell noch blockiert. Aber dafür soll der Raum entstehen im Juli. Das kann hier natürlich auch etwas anderes betreffen. Für einige sehe ich hier einfach die Finanzen, die hier hineinspielen. Weil diese Karte eben auch mit finanziellen Themen zu tun hat. Es kann aber auch etwas anderes sein. Wenn das für dich persönlich sehr wertvoll ist, ja, dass das hier wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden soll. Ja, also das ist ja aktuell noch blockiert. Dann sehe ich, dass hier etwas in Bewegung geraten soll. Ja, das da habe ich auch schon gesehen. Also diese Blockade, die soll sich definitiv auflösen. Hierzu bekommen wir auch, hierzu bekommen wir dann auch Informationen. Etwas soll in Bewegung geraten. Ja, vielleicht für einige auch das Thema, ja, hier aus einem Alltagstrott ausbrechen. Ja, dass sich vieles aktuell, das bekomme ich hier auch herein, vieles fühlt sich aktuell grau an. Und soll dann aber wieder Farbe bekommen, ja. Das wird jetzt vermutlich nur eine bestimmte Gruppe betreffen. Aber es ist wichtig, diese Information auch durchzugeben. Und jetzt kommen wir hier noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat. Und hier geht es um eine bestimmte Person. Und ich sehe hier zwei Deutungsmöglichkeiten. Es kann natürlich auch alles auf dich zutreffen. Hier geht es um das Thema Wahrheit, ja. Zum einen kann das bedeuten, dass du eine Person plötzlich in einem anderen Licht wahrnimmst. Ja, das kann eben sein, dass man hier, ja, eine Person idealisiert hat. Oder vielleicht auch ein sehr schlechtes Bild von dieser Person hatte und sich hier dann plötzlich, ja, eine andere Sichtweise offenbart, die hier auch mit dem Thema Gleichgewicht in Verbindung zu bringen ist, weil sich hier dann natürlich auch etwas ausgleicht, ja. Also eben, wenn man hier eine Person eben sehr, sehr positiv sieht, immer nur auf das Positive achtet, ja, dann kann es eben sein, dass sich hier, ja, etwas ausgleicht, eine Anspannung auflöst. Und ebenso genauso in die andere Richtung, ja, wenn man hier ein sehr negatives Bild von einer Person hatte, kann sich das hier natürlich auch verändern, ja. Und ich sehe hier ein gutes Gesamtbild. Dann sehe ich hier aber noch, und das sehe ich hier als das Hauptthema für die meisten, dass du hier im Gespräch mit einer bestimmten Person bist, die dir hier eine Wahrheit präsentiert, ja. Ja, wo du es dann natürlich auch in der Hand hast, möchtest du diese Wahrheit in dein Leben integrieren oder nicht, ja. Ja, da kann es eben auch darum gehen, dass hier etwas optimiert werden soll. Ich sehe hier die Möglichkeit für einige aus einer Art Teufelskreis auszubrechen, ja. Und das Universum möchte dich hier dann eben auch darauf vorbereiten. Und das sehe ich hier schon auf die meisten, dass das hier auf einen zukommt. Das Universum möchte dich hier vorbereiten, weil eine Person, die meint es gut mit dir, also die ist dir definitiv wohlgesonnen, wird dir etwas sagen im Laufe des Juli. Da geht es um eine Wahrheit, die dir bewusst werden darf, ja. Und darauf sollst du einfach vorbereitet werden. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten. Für diesen Abschnitt der Legung ist es nicht zwingend notwendig, berufstätig zu sein, das sage ich nur immer dazu, weil immer wieder Fragen hierzu aufgetaucht sind. Wir sehen uns den Monat wie immer gedrittelt an. Es ist durchaus möglich, dass sich im Einzelfall die Drittel untereinander vertauschen. Üblicherweise läuft es aber chronologisch ab. Und wir starten jetzt hier im ersten Monatsdrittel. Da sehe ich, dass du dich hier in einer Situation befindest, ja, die irgendwo eigenartig ist. Das kann hier auch eine bestimmte Person betreffen. Ja, es ist etwas, ja, was für dich sehr kryptisch ist. Jemand spricht in Rätseln oder es geht hier um etwas, das dir vielleicht rätselhaft ist. Es fühlt sich für dich ein bisschen bedrohlich an. Das nehme ich hier schon auch wahr. Achtung, mein lieber Krebs, das heißt jetzt nicht, dass es dann auch bedrohlich ist. Das kann eben auch etwas sein, wo du dich einfach nicht so gut auskennst, ja. Und das, was ich hier für dich sehe, ist, dass es hier Unterstützung gibt. Ja, jemand, der dich hier berät. Jemand, ja, der dir hier Einblick gibt oder das Ganze aufschlüsselt. Du bist hier nicht allein in dieser Angelegenheit. Insgesamt sehe ich ja ein Wachstum. Für manche könnte das auch eine Beförderung sein, ja, wenn du hier mehr auf Berufliches schaust. Insgesamt geht es hier schon um finanzielle Themen. Also etwas beginnt sich hier sehr günstig zu entwickeln, ja. Ein Anstieg, ein Aufwärtstrend. Also das ist definitiv etwas sehr, sehr Schönes. Und hier auf der zwischenmenschlichen Ebene, das dürfte hier in Verbindung stehen mit der Thematik, die wir hier oben schon besprochen haben. Also das dürfte hier ganz eindeutig zusammengehören. Es können natürlich auch zwei Themen sein. Denn was ich sehe ist, du suchst hier eine Lösung bei einem bestimmten Thema. Die Lösung ist da, aber für dich sehr schwer zu erkennen. Und da sehe ich eine Person auf dich zukommen, ja, die das hier relativ rasch aufklären kann. Ja, also das dürfte hier zusammengehören, mein lieber Krebs. Also wenn hier irgendetwas unklar ist, vielleicht auch etwas, das dich schon länger beschäftigt, hast du hier offenbar im ersten Monatsdrittel endlich die Möglichkeit, das aufzulösen, zu klären. Schauen wir in die Monatsmitte. Ja, und hier haben wir das Thema Wahrheit. Das dürfte jetzt hier mit dieser Blockade zusammenhängen. Du wirst hier eine Wahrheit erfahren, ja. Also das Thema Wahrheit ist hier sehr, sehr wichtig. Das betrifft auch dich. Ich sehe auch, egal was für eine Wahrheit das ist, mein lieber Krebs, auf lange Sicht gesehen beruhigt sich durch diese Wahrheit etwas. Das kann auch schon in der Situation geschehen. Und in der Monatsmitte kommt es hier, ja, zu einer Veränderung im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Da sehe ich auch, etwas wird hier beendet, ja. Für etwas ist hier die Zeit gekommen. Etwas wird hier abgeschlossen, ja. Und was auch bedeutet, etwas Neues beginnt. Das kann auch sehr abrupt geschehen, ja. Vielleicht geht es hier eben auch um diese Wahrheit, dass dir hier etwas bewusst wird. Und dann weißt du plötzlich, ah, ich mache jetzt das. Und auf der zwischenmenschlichen Ebene haben wir hier eine Person, die dich hier unterstützt. Das kann hier auch durchaus mit dem ersten Monatsdrittel zusammenhängen, dass sich dieser Abschnitt der Legung, ja, in der Übergangsphase vom ersten auf das zweite Monatsdrittel abspielt. Und dass hier einfach sehr wichtig ist, dass du hierüber in Kenntnis gesetzt wirst. Es können natürlich auch mehrere Themen sein. Hier sehen wir auf jeden Fall eine Person an deiner Seite in beratender Funktion. Und hier geht es um diese Veränderung, ja. Etwas endet und etwas beginnt. Also das dürfte hier ganz eindeutig zusammenhängen. Vielleicht geht es hier auch um eine professionelle Unterstützung, ja. Dass hier jemand, ja, dass du hier irgendetwas optimieren möchtest. Vielleicht bist du auch selbstständig, ja, nur um hier ein Beispiel einfließen zu lassen. Und du besprichst dich hier mit einer Person und erkennst hier, okay, das und das kann ich abschließen. Und das und das möchte ich beginnen. Du bist hier definitiv nicht allein. Und die Wahrheit, ja, die ist ganz, also die spielt hier eine ganz entscheidende Rolle, mein lieber Krebs. Wir schauen jetzt noch ins letzte Monatsdrittel und da sehe ich, ja, du wirst hier eine Beobachtung machen oder du wirst hier jemanden beobachten. Also eher beiläufig, irgendetwas wird dir auffallen. Das betrifft eine andere Person. Es kann auch sein, dass du hier jemandem auffällst. Was ich hier sehe ist, ja, dass du hier etwas hinter dir lassen kannst, etwas loslassen kannst. Und für manche geht es ja auch darum, dass etwas veröffentlicht wird, ja, in die Welt hinausgetragen wird. Ja, du wirst gesehen, das kann ich hier erkennen. Und das ist hier, das ist hier auch etwas ganz Schicksalhaftes, ja. Also vielleicht, ja, vielleicht veröffentlichst du tatsächlich etwas. Und ich sehe hier, ja, hier beginnt ein weiterer Wandlungsprozess, ja. Du bewegst dich genau dahin, wo du hin möchtest, auf ein Ziel zu. Und das steht in Verbindung mit einer anderen Person. Also wirst du hier vielleicht unterstützt oder du beobachtest etwas, hörst etwas, das dich hier weiterbringt. Schauen wir mal weiter. Dann sehe ich hier eine, ja, eine Situation, die hier geklärt werden soll. Da fühlst du dich irgendwie nicht ganz ernst genommen, ja. Oder hier vielleicht auch hinten angestellt. Ich wollte hier eine zusätzliche Information haben, ja, was hier geschehen soll, was wir hier erfahren dürfen. Das Universum hat mir hier durchgegeben, dass hier bestimmte Regeln aufgestellt werden sollen für eine bestimmte Gruppe oder etwas schriftlich festgehalten werden soll. Ja, denn hier geht es offenbar um etwas, das mündlich geschehen ist, also irgendetwas, das man gesagt hat und das dann vielleicht wieder zurückgenommen wurde. Vielleicht ein Versprechen, das hier gebrochen wurde oder dergleichen. Ich sehe hier auf jeden Fall im letzten Monatsdrittel, es ist wichtig etwas zu notieren, schriftlich festzuhalten. Wenn es hier tatsächlich um einen Vertrag geht, mein lieber Krebs, dann ist es wichtig, dass du dir den genau ansiehst, ja. Denn da kann es durchaus sein, dass hier vielleicht der ein oder andere Nachteil für dich enthalten ist, den du vorab erkennen darfst, wo man dann eben auch dementsprechend nachverhandeln kann. Ja, und das ist wichtig, dass das vor der Unterzeichnung geschieht, also eben beispielsweise das Kleingedruckte genau lesen. Aber ich sehe hier, das kann hier geklärt werden, ja, vornehmlich eben dadurch, dass man hier etwas schriftlich festhält. Ja, und auf deiner Ebene sehe ich hier eine beginnende Erschöpfung, ja, oder etwas, das dir, ja, etwas, das dich Kraft kostet, Energie kostet. Das hat hier eben auch mit den Finanzen, mit der Berufung, mit dem Beruf zu tun. Und hier zeigt sich ein Heilungsprozess, ja, dass hier etwas, ja, in Bewegung gerät, dass du hier etwas auflösen darfst. Und das sehe ich hier eben auch in Verbindung mit dieser Thematik, die sich hier auf der zentralen Ebene gezeigt hat. Und da sehe ich jetzt auch ganz eindeutig, dass diese Blockade sich hier in diesem Bereich auflösen soll. Ja, das war jetzt schon sehr spannend, mein lieber Krebs. Da würde ich sagen, wir schauen jetzt mal in den zwischenmenschlichen Bereich, wie sich der Juli hier laut Tendenz für dich entwickeln soll. Auch diesen Abschnitt der Legung sehen wir uns gedrittelt an. Achtung, wir schauen wie immer auf das gesamte Umfeld, Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld zeigt sich auch manchmal hier in diesem Abschnitt. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir direkt hier im ersten Monatsdrittel. Ja, und da sehe ich, dass für dich etwas wichtig werden wird. Ja, das betrifft dich selbst. Das betrifft für einige eben auch die Berufung, die Bestimmung. Es hat mit deinem Lebenssinn zu tun. Das kann auch etwas sein, dass du ja jetzt länger hinten angestellt hast. Das sehe ich ja auch in Verbindung mit dieser Blockade. Etwas, das dir leicht von der Hand geht. Und ja, dadurch wird dir hier klar, dass sich etwas verändern soll, das das Umfeld betrifft. Und da sehe ich, dass hier etwas beendet wird. Das sehe ich hier sogar zweimal. Das ist ein natürliches Ende. Und keine Sorge, mein lieber Krebs, das bedeutet jetzt nicht, dass hier eine Verbindung enden muss. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es hier um eine Verbindung geht, die schon länger schwierig ist, wo man dann vielleicht beschließt, okay, man geht hier getrennte Wege. Das ist dann aber definitiv etwas, das dir zu Beginn der Legung, also das ist etwas, das weißt du dann schon. Ich glaube, es geht hier um bestimmte Themen innerhalb einer Verbindung oder es betrifft ja auch mehrere Verbindungen. Denn das, was sich hier auf der zwischenmenschlichen Ebene zeigt, ist, dass du dich hier irgendwo sehr stark eingeschränkt fühlst, ja. Oder vielleicht eben auch kontrolliert fühlst, fremdbestimmt fühlst, ja. Und da sehe ich, dass das hier enden soll. Das kann jetzt natürlich eine Verbindung betreffen. Ich sehe es aber mehr so, dass diese Verbindung an sich in eine Heilung gehen soll, die sich hier im ersten Monatsdrittel zeigt, ja. Und da geht es schon für einige auch um mehrere Themen, die hier abgehakt werden möchten, ja, die hier beendet werden möchten. Und das ist hier definitiv etwas sehr, sehr Günstiges. Das hängt hier auch mit dieser Gleichgewichtsenergie zusammen, ja, dass hier die Dinge in ein Gleichgewicht kommen. Und da ist es natürlich wichtig, dass sich hier etwas bewegt. Denn vor allem eben dadurch, dass du hier merkst, diese eine Sache ist dir hier einfach wichtig. Vielleicht sind es auch mehrere Themen. Muss sich hier einfach etwas verändern. Und das kann hier im ersten Monatsdrittel in Angriff genommen werden. Schauen wir in die Monatsmitte. Ja, da sehe ich mehrere Themen. Also ist, ja, hier ist einiges los. Ich sehe hier auch gewisse Querverbindungen zum Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Zum einen, starten wir hier gleich auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das sagt das Universum, da gibt es eben eine Sache, da fühlst du dich nicht so ernst genommen. Das sehe ich hier ganz eindeutig in Verbindung. Und es ist wichtig, ja, in dieser zwischenmenschlichen Angelegenheit, ja, dass du hier nicht vorschnell reagierst. Da ist irgendetwas, irgendetwas stellt sich hier auch quer oder es ist hier schwierig, miteinander zu sprechen in der Monatsmitte. Das ist etwas, das auch noch ein bisschen warten kann. Ja, vielleicht geht es ja auch um eine Konfliktsituation. Es ist wichtig, auch wenn es herausfordernd ist, dass du hier nicht vorschnell reagierst. Denn was ich hier sehe, ist eben diese, ja, diese Sache, die hier schriftlich festgehalten werden soll oder eben vertraglich kann hier auch sein. Das Universum sagt, lass das hier noch ein bisschen stehen, ja, schlaf eine Nacht darüber, ja, gib dir hier ein bisschen Bedenkzeit. Handle hier nicht vorschnell, ja. Es heißt jetzt, da geht es auch nicht darum, dass diese Person, die hier mit involviert, in Schutz genommen wird, sondern es geht um eine gewisse Strategie. Denn diese Verbindung, die soll schon in gewisser Art und Weise bestehen bleiben, ja. Also für manche ist das hier vielleicht auch eine bestehende Partnerschaft, wo hier irgendetwas schwierig ist, ja. Oder wo sich hier ein Thema über einen längeren Zeitraum entwickelt hat. Und da kann es durchaus sein, ja, dass man hier dann im letzten Monatsdrittel, dass man sich hier zusammensetzt, hier vielleicht dann eben auch, ja, die Wogen sich wieder ein bisschen geglättet haben. Man sich hier auch anders begegnen kann, was diese Thematik betrifft und man das hier klären kann, ja. Also da sagt das Universum, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, ja, reagier besser nicht aus dem Bauch heraus. Denk darüber nach, ja, lass es auf dich wirken und reagiere dann, wenn du dir wirklich sicher bist. Denn hier sehe ich einfach, ja, Kurzschlussreaktionen sind hier absolut möglich, auch nachvollziehbar, aber stellen für dich dann auch in weiterer Folge einen Nachteil dar. Und vermutlich auch für die andere Person. Also es ist hier günstig, sich ein bisschen Zeit zu geben. Schauen wir mal weiter. Dann sehe ich hier eine aufdringliche Energie. Also jemand drängt sich hier auf in der Monatsmitte, sagt das Universum. Und es ist wichtig, auch hier sich zu überlegen, lässt man das zu oder eben nicht. Weil das Universum sagt, da geht es um irgendetwas, das du hier in Angriff nehmen möchtest. Da ist aber bereits eine Kettenreaktion in deinem Umfeld, ja. Die ist da bereits ausgelöst. Das ist wirklich sehr spannend. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Person, die sich hier irgendwie, ja, so stark in den Vordergrund drängt, ja. Da sagt das Universum, überleg es dir, ja, Achtung, du weißt, das ist eine allgemeine Kartenlegung. Also ist es auch immer wichtig, dass man hier im Anschluss darüber reflektiert. In dieser Legung sehe ich hier etwas oder jemand anderes auf dich zukommen. Also es ist eine Frage der Zeit. Das hat hier für viele auch mit dem Thema der Gerechtigkeit zu tun. Und wichtig ist auch hier, nicht sofort zu reagieren. Du wirst bei dieser Person merken, ja, also wenn dieser Abschnitt der Legung für dich bestimmt ist, dass sich hier irgendetwas unangenehm anfühlt, ja, sodass diese Person vielleicht auch sehr nett ist, ja. Also ich sehe hier jetzt niemanden, also ich sehe das jetzt nicht so, dass diese Person bösartig ist, aber irgendetwas ist hier eigenartig und nicht 100% stimmig. Und das Universum sagt, dass entweder braucht das hier ein bisschen Zeit oder es ist hier eine andere Person, weil ich sehe das hier eben in Verbindung mit dieser Kettenreaktion. Und da ist es wichtig, ja, wenn du hier Zeit hast zu warten, dann solltest du hier noch ein bisschen zuwarten und lass dich hier bitte auch nicht zu irgendetwas drängen. Wir gehen jetzt noch hier auf deine Ebene und da sehe ich, ja, da sehe ich eine Art Mutausbruch, ja. Das ist hier irgendetwas Wichtiges. Bei irgendeiner zwischenmenschlichen Angelegenheit, das kann hier durchaus auch zusammenhängen. Ich glaube aber nicht, dass es die Angelegenheit ist, die sich hier unten zeigt. Vielleicht das, was entscheidend ist, ja, da geht es um eine Person, die ist dir zu irgendeinem Zeitpunkt in den Rücken gefallen, ja. Vielleicht auch jemand, der ein Versprechen gebrochen hat oder jemand, auf den du dich nicht so wirklich verlassen kannst. Das muss jetzt keine Person sein, die hier irgendwelche negativen Absichten in deine Richtung hegt. Ja, das sehe ich hier sogar für die meisten nicht, ja, kann natürlich sein, muss aber nicht. Was ich hier aber sehe und das ist entscheidend, mein lieber Krebs, ist, dass du hier eine gewisse Grenze aufzeigst, ja. Also ich sehe hier ein klares Stopp, ja, also bis hierhin und nicht weiter, beziehungsweise auch ein Ich-bin-hier-ganz-anderer-Meinung. Das kann hier auch sein, dass du dich hier gegen eine Gruppe auflehnst und du hier zu deiner Wahrheit stehst, ja. Und das kann jetzt eben auch die Thematik sein, die sich hier in der Monatsmitte gezeigt hat im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, weil die Wahrheit hier ja auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also das ist wirklich, wirklich sehr interessant. Jetzt schaue ich nochmal nach. Ah, das kann jetzt natürlich auch sein, dass die Person, die dich hier berät, mein lieber Krebs, im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, wo es um dieses Ende und diesen Anfang geht, dass es hier vielleicht auch darum geht, dass man sich hier erstmal austauschen soll, ja, damit man hier wirklich eine gute Lösung für alle Beteiligten findet und das Universum deshalb sagt, warte hier noch ein bisschen, ja, überstürzt das nicht. Hier soll ja etwas geklärt werden. Ja, wirklich interessant. Wir schauen jetzt noch ins letzte Monatsdrittel. Da sehe ich, hier wird eine Entscheidung gefällt. Für manche kann das hier tatsächlich auch eine rechtliche Angelegenheit sein, vielleicht eben ein Gerichtstermin. Ich meine, das wird vermutlich nur eine kleinere Gruppe betreffen und der Termin wird vermutlich auch schon zum Monatsanfang feststehen. Bei den meisten geht es hier darum, dass hier eine Entscheidung gefällt wird, ja, dass man sich hier über etwas klar wird und etwas auch umsetzt. Das kann hier natürlich auch diese vertragliche Angelegenheit sein. Ja, irgendetwas wird hier beschlossen und das ist wirklich wichtig. Das ist ja auch in Verbindung mit mindestens einer weiteren Person. Und dann, mein lieber Krebs, sehe ich hier eine enorme Aktivität, da sehe ich ganz eindeutig, dass diese Blockade fällt. Also die fällt hier im letzten Monatsdrittel. Ich sehe das hier auch in Verbindung mit diesem, da wird etwas veröffentlicht. Denn hier sehen wir, ja, dass sich hier einiges sehr rasant schnell entwickelt. Das steht hier auch in Verbindung mit einer, mit mindestens einer weiteren Person. Ja, das kann auch ein neuer Kontakt sein, der sich hier zeigt und dass sich das hier auch sehr günstig entwickelt. Also solltest du neue Kontakte knüpfen wollen, ja, also kann für eine neue Freundschaft stehen oder vielleicht eben auch eine potenzielle Partnerschaft. Insgesamt sehe ich das so, ja, irgendetwas, das sich hier lange sehr, sehr schleppend entwickelt hat. Das ist hier irgendwie wie entfesselt und plötzlich, ja, geht das hier sehr, sehr rasch vorwärts. Das kann hier auch in Zusammenhang stehen mit der Information, die wir hier bekommen haben, ja, wo es darum geht, dass irgendetwas, ja, dass dich sehr viel Kraft und vermutlich auch Nerven gekostet hat, hier in eine Art Heilung geht. Und das sehe ich hier schon auch in Verbindung mit einigen zwischenmenschlichen Themen. Hier gegen Monatsende hin sehe ich hier auch, ja, verschiedene Interaktionen, vielleicht auch Veranstaltungen, die sich hier zeigen. Und was ich hier einfach auch ganz klar sehe, ist die Verbindung hier zum Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Irgendetwas wird hier in die Welt hinausgetragen, ja, oder du besprichst hier etwas Wichtiges, ja, du fällst hier eine Entscheidung, die hier vielleicht auch damit zu tun hat. Also ich sehe hier auf jeden Fall eine große Erleichterung und du kommst hier im letzten Monatsdrittel wirklich sehr, sehr günstig vorwärts. Ja, eine spannende Legung, mein lieber Krebs. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.